Coinbase erzielt vor Gericht einen Punktsieg gegen die SEC. Richterin Catherine Feier genehmigte teilweise den Antrag auf Herausgabe von SEC-Dokumenten. Diese Dokumente könnten zu wichtigen Entdeckungen im Fall Coinbase führen, so Chefjurist Paul Grewal. Coinbase fordert Unterlagen zu Token, Dienstleistungen und der Anwendung von Wertpapiergesetzen. Die SEC hält die Anfragen für zu weit gefasst und nicht relevant für den Fall. Parallel erlitt Coinbase einen Rückschlag in einer Sammelklage von Aktionären. Coinbase bleibt dennoch zuversichtlich, den Prozess gewinnen zu können. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.